Seit fast 17 Jahren steht die alte Arbeitsagentur, das alte Arbeitsamt in Meschede leer. Und es ist uns jetzt gelungen, einen Investor zu finden, der in dem Gebäude ein tolles Konzept entwickeln möchte mit Wohnraum, mit Bürofläche. Es ist gelungen, die Bundesarbeitsagentur und den Investor zusammenzubringen. Das freut mich besonders. Und dass an diesem Standort jetzt ein modernes Gebäude entstehen soll, ist für Meschede eine ganz tolle Weiterentwicklung.